Jana wächst im Ruhrgebiet auf. Als Jugendliche nimmt sie immer mehr zu, rutscht tief in eine Essstörung. In der Schule wird sie häufig gemobbt. Aber mit ihren Eltern kann sie über all diese Probleme nicht sprechen. Sie gerät in einen Abwärtsstrudel. 2014 erreicht sie ihr Maximalgewicht, mehr als 170 Kilo, da streikt sogar die Waage. Jahrelang erzählt sie niemandem von ihrer Krankheit. Nicht einmal ihrem besten Freund, dem Musiker David. Jana kommt an den Punkt, an dem sie nicht mehr weiter weiß. Sie schreibt ihre Geschichte auf, schonungslos ehrlich. Dann fasst sie all ihren Mut zusammen und übergibt das Buch an ihren besten Freund David. Also da fehlen mir eigentlich die Worte. Ich weiß gar nicht, das war tatsächlich auch eine Lehre in mir. Weil man liest das und will es eigentlich gar nicht wahrhaben. 2015 veröffentlicht Jana Krämer ihre Geschichte. Daraufhin schreibt David ein Lied für sie. Für seine beste Freundin, die in seinen Augen unvergleichlich ist. Ich höre mir den Song immer wieder an, wenn ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Dass ich den Aufgaben und den Anforderungen nicht gewachsen bin und dass alle besser sind als ich. Ich höre mir, dass ich nicht mehr als ich. Ich höre mir.